Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, in dem wir in Throdon mit mir nehmen wir gleich, hier aus Gilde Nummer 2, jetzt Evolution of Dracar ist unser Gegner und den müssen wir jetzt hier noch besiegen, eine Stunde ist noch Zeit, ich hoffe, dass wir es schaffen, es wird, ja, sieht eigentlich ganz gut aus, aber das Ding ist noch nicht safe durch, muss man einfach so sagen. Das ist noch nicht safe durch. So, Hammer, MAPE, Gasus oder MAPE, Gasus oder was weiß ich nicht was, keine Ahnung. Schon wieder der Controller aus. So, und dann, ja, das tut jetzt natürlich ein bisschen weh, aber okay, was willst du machen? Ich hätte jetzt schon gerne den Bänder damit kombiniert, aber gut, so ist auch okay. Nein, das, nein, das mache ich so nicht. Dann mache ich das lieber so. So, nächstes Match. Alles klar. Dann fangen wir erstmal mit der Power-Tucket-Patriot-Ale an. Und dann schauen wir, ah, das ist natürlich auch eine geile Sache. Das kann ich mir auch gefallen lassen. Betrunken im Clan. Und jetzt machen wir hier noch das Lubeck. Und zu das Lubeck. Ooh, Babybänder. Komm, Babybänder. Perfekt. 99. Na, die versuchen noch was zu reißen hier. Okay. Chuck F13. Hm. 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 Ich fange jetzt mal mit dem Wikinger-Peter an. Dann machen wir jetzt mal hier das Arcturianische Kung-Fu. Hm. Komm. Zum Heilen. Luis. Oh, die Dodgeball, Luis. I love this. Dann haben wir hier einen Bänder. Schöter. Hm. Und dann haben wir Bänder Stucklings. Auch eine geile Karte. Geile Kombo. 93. 94. So. Na, es wird immer, immer enger da. Evolution of Draca. 4. Ray. 4. So, dann haben wir hier eine Luis. Und einmal, das machen wir auch so, genau. Oh, das ist natürlich jetzt die beiden, die geben sich jetzt nicht, also. Äh, ja. Dann mache ich hier einfach mal den Running Back Hank noch hinterher, in der Hoffnung, dass ich jetzt gleich da irgendein wegballen, du. So. Komm jetzt. Einmal da richtig rübergeknallt und dann ist das Ding doch da vorne weg. Der José Servo. Der muss weg, der José Servo. Naja gut, jetzt habe ich auch so gewonnen. Auch ohne das. Egal. Okay. Ähm. 96. Gucken wir mal. 6 von 10 sind noch übrig. Okay, da rechts stoppt es schon wieder. Ist gut so. 69. Kolumbus-Gal. 18. Kolumbus-Gal 18. So, dann haben wir die schlimme Tina. Und mit der schlimmen Tina ist das Ding jetzt auch schon mit einer glatten 100 gelaufen. Da passiert gar nichts mehr. Da kann ich jetzt noch nie ein Oktoberbräu hinnerher. Und bämm. Glatte 100. Weg ist er vom Fenster. das droht so was haben wir jetzt noch so die aber die versuchen immer noch am kämpfen evolution of drake so 61 onyx b3 jetzt muss ich überlegen machen wir den baby bänder machen wir hier oktober egal was ich mache ich kann auch hier das ist das ist nicht gut machen wir hier jetzt lubeck und dann machen wir jetzt erst mal hier den baby bänder drauf und jetzt den wikinger peter und jetzt den philip j frey und oktoberbräu und ein bob und dies was dies wo es schon gewesen normal ist eine dollar müsse e mail wieder schön so eine glatte hunde sehr sehr nice 4 von 10 also dem 68 na das dass das möchte ich gar nicht erst einmal lieber das so und dann komme ich hier mit wikinger peter jetzt ist das ding eh gelaufen da passiert jetzt mal gar nichts mehr schubidu dem sey von evolution of draker dies ist so nice so nice so nice so nice noch drei stück und dann ist das ding auch schon rum wie geil so coco liso coco liso 36 schaden würde das machen das macht 26 schaden und das macht gar nicht so viel schaden wir jetzt erst mal die mock trial luis um den da vorne gleich mal weg zu ballen so und jetzt haben wir natürlich ein ja nimm mal erst mal so und dann gucken wir mal ja batter tina und dann haben wir den da vorne weg so und jetzt haben wir noch ein oktoberbräu wiking peter wiking peter geschafft nice mann nice so ist das nicht schön ich liebe es ich liebe es ich liebe es sehr 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 schön ja gut dann fangen wir jetzt halt mit dem high school bill an das gefällt mir jetzt nicht wirklich aber ich habe keine andere wahl aktuell dafür kann ich jetzt aber nicht mehr viele so ich bin jetzt aber gespannt was jetzt unser was wir da jetzt gewinnen wenn wir jetzt wahrscheinlich nicht irgendeine ente oder so meinst du ein zitrön ich denke mal irgend so eine ente oder so ist 94 ja 2 cv ja 20 ein jahres sport edition geil ist das nicht cool ein match so ein jahres sport edition systemal ist das nicht toll dass uns die kiste mal anschauen hier jahres sport edition tolles auto super also jetzt bin ich gespannt was das für ein ja mal den bobby im aktorianischen kung fu dann ist da vorne der auch schon fort und dann haben wir ein philip super tolles super tolles auto ganz toll nein den will ich jetzt mit sicherheit nicht verwenden so ja also aktuell sieht es noch ganz gut aus ich weiß natürlich nicht wie es jetzt also wir haben jetzt hier 9 18 27 28 29 30 31 32 33 bei evolution of draker und wir haben jetzt hier 9 wir gehen einfach die liste durch kathleen unglaublich wieder eine glatte 1000 volt zardos 983 dann ich neue firmen sich nati nate 79 dann thema 950 brownie auch 950 box 949 in die linie 940 x strike 919 jesse 919 mann mannubaya 917 magel 513 gabriel die 945 phobos 805 sie mal 805 looking 8 74 832 hasknecht 856 krim mal die ruben 850 raffi 846 dakata rules 844 georgios 821 out to rex die mannubaya 990 345 345 746 knuckster 790 schmobi 741 player 730 der mini 714 marunga 706 florian gaming 690 nüsse 2 621 620 21 savage 590 jonathan 539 fxh fdxc 522 tamash 465 morten 425 mieten haben 411 sankt michael 335 blazed duterte 332 johann b 292 quark müller 243 und stacy 232 ja das ist insgesamt mit 9 18 27 26 36 45 45 aktive jo wenn es euch gefällt lasst uns mal ein like da schreibt uns in die kommentare abonniert den kanal und schalt es nächstes mal wieder an das ist die menschen so dann wie man gar nicht mal gut ist ja 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 ja